Grüß Gott, ich bin Maria Grün. Schön, dass es aussehen wird. Mehr Holzbau Feuerstellen hinter das Ferienhaus von Fritz und von Angelika geplant und realisiert. Bilder seien im E-Bewort. Könnt ihr auch schauen. Ich bin hier aufgewachsen und obwohl ich schon lange nicht mehr hier lebe, bin ich doch noch mit der Gegend verbunden. Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir hier ein Ferienhaus mit grossen, offenen Räumen und grossen Fenster bauen könnten. Für uns war sehr schnell klar, dass wir gerne ein Haus aus Holz bauen. Wir haben angefangen zu recherchieren und wir sind auf die Firma Feuerstein in Auge gestossen. Wir hatten ein erstes Treffen, wir sind sehr gut empfangen worden, wir sind verstanden worden und wir haben das Projekt entwickeln können. Und Sie sehen heute das Resultat, das hier steht. Aus zwei, drei, vier. – Musik – – Bis zum nächsten Mal.